Hallo, ich bin Jacqueline, ich bin 22 Jahre alt, komme ins Hörbrand, habe mich gerade von Maurice fotografiert, das war ganz toll, das hat mir gefallen und am besten gefällt war das, dass man bei jedem Outfit anders schminkt, dass es immer was anders ist und dass ich es gerne wieder machen würde. Ich bin Köchin und habe Bürokauffrau-Lehre, bin derzeit aber tätig als Köchin in Schlosshofen und weiter bin ich selten in Lothar. Musik